Da muss ich mir das verarschen. Danke. Geht doch. So geht's. Andersrum drehen. So, jetzt muss ich natürlich den Strom wieder anschließen. Ah ne, habe ich ja dahinten. Oder auch nicht. Irgendwann stimmt da wieder nicht. Der Strom ist dran und der ist doch auch dran. Was ist denn da los? Kann man auch hoch? Mein Fresse. Warum kann ich nicht unterirdisch bauen? Aber der ist doch dran. Überall. So, dann haben wir die Autobahn auch. So, dann brauchen wir natürlich noch. Ich würde ja ungefähr so sagen. Und ich hätte ja da direkt alles Dings bauen können, aber nein. Was? Ach so. So, Straßenbahn habe ich überall. So. So. Natürlich Strom noch. Wohl haben wir hier. Fangen wir mal an und fangen hier mit Bürogebäuden hin. So. Äh, Geschäftsgebäude. Wie auch immer. Wie man da nennen möchte. Da kommen wir schon die ersten. dahимques. Ich gehe mal. Wie ging es an, ich gehe вал was. Ich gehe mal wieder. Dann noch mal das. Ich bin gerade ein, das ist aber ein bisschen blöd. Und noch zurück. So, ich fange da an. Und dann fangen wir einmal hier rum. Dann fangen wir da noch mal rum. War da nicht eine Haltstelle? Achso, muss ich hier. Ach ja, Wasser brauche ich dann noch, klar. Logisch. So. Was? Wie sieht das wohl aus? Ah, die ist voll. Ups, machen wir mal ne neuer. Kommen Sie mir in das Ziel, bitte. Ja. Voll nicht rum. Vielen Dank. 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 Soll ich vielleicht neune bauen? Du hast Vorsicht. Okay. Kann ich alles als Wohngebiet dann deklarieren? So. Und dann? Und dann? Von mir aus. Wir brauchen mehr Strom. Ja. Ja. Was ist das? Ungünstig. Und? Ja. Ich würde sagen. Und dann? Und dann? Ja. Und dann? Und dann? Und dann? Und dann? Ja. Und dann? Schwede? Und dann? 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 Oh. Und dann? Und dann? Und dann? Und dann? Und dann? Und dann? Ich fäll naar de Bus. Löffel de Bus. So. 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 So.